Ich habe Martina von Nerdforge als Disney-Figur gemalt. Martina ist ja wohl die Mechanikerin unter den YouTubern, oder? Ich kann das! Und deswegen habe ich als Vorlage Trixie aus Chip und Chap genommen. Natürlich habe ich ihr pinke Haare verpasst. Und aus Trixies Kulleraugen hört Martinas verträumter Blick. Und weil Martina ein Finger fehlt und sie sich selbst eine Handprothese gebastelt hat, hat meine Matrixie oder Trixie Tina die auch bekommen. Schreibt mir in die Kommis, wenn ich sonst noch so als Disney-Charakter zeichnen soll.